Rang 8 ist es momentan für den SC DHFK. Und genau das ist das Leistungsspektrum der Sachsen. Für einen internationalen Startplatz war die Saison zu schwankend, der Kader nicht gut genug. Für den Abstiegskampf ist Leipzig zu stark. Sie werden auf keinem einstelligen Tabellenplatz landen, die Rhein-Neckar-Löwen. Damit ist die Saison nicht gut. Es wird einige Veränderungen geben. Die Verabschiedungen am Donnerstag waren Gänsehautmomente. Wir werden sie vermissen, diese Tore von Uwe Gensheimer.